VarioProp Hallo, den VarioProp gibt es in 4 Größen. 6a, 8b, 12c und 16d. So bedeutet zum Beispiel bei der Narbengröße 12c, dass die Blattlagerung einen Durchmesser von 12 mm hat. Und c steht für die dritte Größe in unserer VarioProp Serie. In jede Narbe passen verschiedene Blattgrößen und Blattformen. Schnellläufer für Direktantrieb, Scaleblätter für Optik, Getriebeblätter für Slowflyer oder Klappgelenke für Klappluftschrauben. Den VarioProp gibt es in 2 Blatt, 3 Blatt, 4 Blatt und 5 Blatt. Durch Drehen einer einzigen Schraube kann man alle Blätter gleichzeitig in der Steigung verstellen und durch eine Leere, die immer dabei ist, ablesen. Mit den Klappgelenken können Sie auch Foldingprobs stufenlos in der Steigung verstellen. Und zwar durch Drehen einer einzigen Schraube. Für jede VarioProp Größe gibt es verschiedene feingedrehte Aluminiumspinner. Der VarioProp ist nicht nur für kleine Modelle, sondern auch für große Scale-Modelle. Die Steigung des VarioProp kann man denkbar leicht verstellen.